Warum muss ich eigentlich immer und überall warten? Warum hab ich kein Haus und warum hab ich keinen Garten? Warum kann man seinen Lohn nicht einfach mal verbraten? Und warum kann man vom Leben nicht allzu viel erwarten? Warum bin ich immer pleite mit meinem Problem alleine? Warum sind meine Probleme nicht einfach deine? Warum hab ich nichts Westvolles außer meine Reime? Und andere wollten Scheibe trotten nichts aus der Scheiße. Warum ist es schwer zu leben in dieser Welt? Warum braucht man für alles was man tut immer Geld? Warum sagt man hier nicht sofort was man von dir hält? Während die Wagen mal wieder alles in den Schatten stellt. Warum versuchen so viele Freunde einzutäuschen? Und warum müssen sie sich rausreden und auch leugnen? Warum schafft es keiner die Zeichen zu deuten? Und warum kann Ehrenrespekt nicht mehr was bedeuten? Warum erinnert man sich nur an dich wenn du tot bist? Warum ist nie einer da wenn man mal in Not ist? Warum heißt es nicht, wieso, weshalb, oder weswegen? Warum steht man meistens alleine im Gehen? Warum? Warum höre ich in letzter Zeit keine gute Musik? Warum reibt sich Musik auf Repeat? Warum schieben manche auf Repeat? Einfach nur abtörren während andere sich wie es stundenlang anhören. Warum können manche nicht hören, andere nicht gehen? Warum wollen manche nicht gehen, sondern ständig nur stehen? Warum wollen viele nicht stehen, sondern sich bewegen? Warum können manche verwehen, was sie haben nicht leben? Warum gibt es Leben genau in dieser Weise? Warum ist weise ein ambikuläres Wort? Warum gibt es kein Wort, das deine Wagnis beschreibt? Und warum es schreibt sich, beschreibt die Sex? Warum nicht mal selbst irgendwas Geniales machen? Warum nicht mal was Geniales machen, wie ein Drachen steigen lassen? Warum nicht mal steigen, statt sich fallen zu lassen? Warum nicht mal fallen lassen, ohne die Welt zu hassen? Warum haben Leute nie andere Hobbys, als zu reden? Warum stellen Politiker Geld über das Leben? Warum gehen Leute beten, ohne irgendein Segen? Und warum kann man Glück eigentlich nur anstreben? Warum erinnert man sich nur an dich, wenn du tot bist? Warum ist nie einer da, wenn man mal in Not ist? Warum heißt es nicht, wieso, weshalb, oder weswegen? Warum steht man meistens alleine im Regen? Warum ist es nicht immer wieder... Weil ich mich nicht einmal in der hood einsch chatting, weil ich Warnis nicht immer in das Leben steigt habe. But ich hoffe, dass du viel mehr in die Welt steigen hast installiert habe. Weil ich mich nicht verdient, weil ich es nicht nicht so weit entsteng, Weil du auch nicht so weit in this region nicht so weit wissen, Du bist du bist. Du bist nicht, oder wie wirst du ist, Du bist du店 zu lassen? Du bist du bist? Und du bist du bist?